Mein Herr, wer bist du? Ich bin Saw Gerera. Was willst du? Eure Freiheit, Majestät. Sie sollen morgen hingerichtet werden, aber ich werde euch hier rausholen. Das Volk von Onderon braucht eure Hilfe. Steh wieder auf. Gehörst du zu den Rebellen, die Unruhe stiften, indem du dich in die Angelegenheiten der Krone einmischst? Nur um euch wieder zum Herrscher des Königreichs zu machen. Ich verstehe.